Guten Morgen, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, liebe Tschuschen und liebes anderes ausländisches Gesindel, Bundespräsident ist da. Begrüße Sie recht herzlich. Danke, bitte. So, bitte. Guten Morgen. Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, ein trauriger Anlass, nicht? Der Professor Guck, guten Morgen, hat herausgefunden, dass die Welt nur mehr 24 Stunden steht, nicht? Das ist ein trauriges Ereignis, liebe Österreicherinnen und liebe Neger, nicht wahr? Aber in einer Demokratie ist es ja immer so, nicht? Es gibt die heiteren Anlässe und es gibt die traurigen Anlässe und es muss sozusagen in einer... Guten Morgen! Danke! Bitte! Bitte! Danke! Es muss sozusagen in einer Waage sich befinden, nicht wahr? Und ich sage das wirklich mit dem Brustton meiner demokratischen Überzeugungen, nicht? Und mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung stehen. Danke! Bitte! Danke! Guten Morgen! Schön war es, auf der Welt zu sein, nicht? Ich möchte schließen mit einem Reim, mit was Heiterem. Sie kennen ihn vielleicht. Schön war es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Igel. Humor braucht ein Mensch, nicht? Auch in den letzten Stunden. Danke! Bitte! So, guten Morgen! Danke! Haben wir den Schuss auch erledigt. So, Margit! Margit! Weibi, wo bist du denn? Guten Morgen! Danke! Du bist du denn? Du bist du denn?